Das sind die Diamant Liegestützen und zwar kann man auf die Knie oder normal auf die Füße machen und die Ausgangsposition ist das. Das ist unser Diamant. So setzen wir die Hände auf den Boden ab und dann gehen wir runter bis kurz vor dem Boden und wieder hoch. In den Vierfüßen strecken wir es hinten aus und dabei geben wir Acht, dass wir das Becken nicht zu weit verdrehen. Wir führen uns wieder ran und wieder aus. Ist es ganz ein bisschen zu beschwierigen? Wir nehmen natürlich diagonal die Hand mit. Gesund bleiben, durchhalten und zusammen schaffen es. Einfach klar Helvetia